Norddeutscher Rundfunk 2021 Kiki Hi Kiki Was ist das für ein Name? Yara Ist Persisch. Heißt die Mutige. O Juteli, um Stonga Jucheka fadentum Martovat. Duat Martovat. Lass auf ne Spritz zu. Kannste fahren? Ne man, ich bin 17. Willst du es lernen? Sowas geht eigentlich nicht bei uns. Bei uns ist es schon schlimm, einen Freund zu haben. Du siehst sie. Was sind das nur für Männer, die ihre eigenen Frauen nicht im Griff haben? Alter, was ist mit Yara los? Was? Wir sind wie Bonnie und Clyde. Wir sind Bonnie und Bonnie! Wir sind Bonnie und Bonnie und niemand hält uns in den Weg! Einbruch, mehrfacher Diebstahl, Körperverletzung, Autodiebstahl. Kiki Gerlach ist gefährlich. Hat sie dich überredet, Apto? Du weißt doch ganz genau, was das für ein Leben ist. Jeden Tag in diesem verschissenen Supermarkt arbeiten. Dann ein bisschen kiffen mit meinen Freunden und abends die Kleinen ins Bett bringen. Bis ich irgendwann heirate und dieser ganze Scheiße wieder von vorne los geht. Wir sind Bonnie und Bonnie und keiner von euch hässlichen Motherfachern wird uns jemals trennen.